Wir erleben derzeit gerade eine wachsende öffentliche Besorgnis im Zusammenhang mit der Nutzung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz und Big Data. Dabei beschäftigen uns Themen wie die fehlerhafte automatische Gesichtserkennung, problematische Algorithmen in sozialen Medien oder die Vertrauenswürdigkeit von Chatbots. Big Data-Technologien halten oft auch unbemerkt immer mehr Einzug in unseren Alltag. Zwar bringen Big Data und künstliche Intelligenz eine Welt mit vielen neuen Möglichkeiten, doch eine entscheidende Frage wird oft nachrangig behandelt. Wie können wir diese neue Welt verantwortungsvoll gestalten und vertrauenswürdig machen? Dazu wird in der folgenden Lektion Katja Mayer sprechen. Sie ist Soziologin und arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft. Seit 2019 ist sie als Senior Postdoc am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien tätig. Im ersten Video führt uns Katja Mayer in ein komplexes Themenfeld ein. Es geht um die Funktionsweise von Big Data und die Besonderheiten dieser Technologie im Vergleich zur herkömmlichen Datenverarbeitungs- und Analysemethoden. Und es geht um die Grundlagen, die für eine verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von vertrauenswürdiger Technologie notwendig sind. Vertrauen und Verantwortung sind nicht zuletzt seit den vielen negativen Berichten zur künstlichen Intelligenz wieder in aller Munde. Die hohe Fehleranfälligkeit der automatischen Gesichtserkennung und zweifelhaften Überwachungsregimen, die algorithmengestützte Sucht nach Social Media und darin optimierten Propagandamaschinen, verzerrte Entscheidungen auf Basis verzerrter Trainingsdaten, Unfälle von selbstfahrenden Autos aufgrund falscher automatischer Entscheidungen oder auch der Umgang mit vermeintlich allwissenden, aber doch halluzinierenden Chatbots sind nur ein paar der Negativschlagzeilen der letzten Monate. Obwohl Big Data-Technologien bereits längst in unseren Alltag eingezogen sind, so schwindet zu Recht das öffentliche Vertrauen in deren zuverlässige Entwicklung und Anwendung. Wie kann man einen vertrauensvollen Umgang mit Big Data und KI heute und in Zukunft gewährleisten? Was braucht es, damit wir diese Technologien mit gutem Gewissen entwickeln und verwenden können? Im ersten Teil meiner vier Video-Sessions möchte ich gerne Definitionen für die zentralen Begriffe anbieten, die uns im Hinblick auf Big Data immer wieder begegnen, die zum Teil schon als selbstverständlich genommen werden und selten genauer bestimmt werden. Ich komme ja aus der soziologischen Technikforschung und daher interessiere ich mich ganz besonders für diese Selbstverständlichkeiten, aber auch für die gesellschaftlichen Veränderungen durch und mit diesen neuen Technologien. Beginnen wir gleich bei Big Data. Big Data bezeichnet zweierlei. Erstens eine große Menge an Daten und zweitens die Methoden, mit diesen großen Datenmengen umzugehen. Diese sehr großen digitalen Datenmengen, die auf längst nicht mehr auf unsere gewöhnlichen Festplatten passen, stammen aus unterschiedlichen Quellen, können strukturiert oder unstrukturiert sein und umfassen Texte, Bilder, Videos, Audioaufnahmen und sensorische Daten. Ob es sich dabei um ein Terabyte oder ein Petabyte oder noch mehr an Daten handelt, ist nicht so wichtig, denn die Größe allein ist nicht ausschlaggebend für die Verwendung des Begriffs Big Data, sondern zentral dabei sind die Vielfalt und die Geschwindigkeit, in der die Daten erzeugt werden, sowie die Schwierigkeit, diese Daten zu verarbeiten und zu analysieren. Traditionelle Methoden der Datenverarbeitung und Analyse, wie zum Beispiel relationale Datenbanken, Tabellenkalkulation oder auch statistische Tools, sind für den Umgang besonders mit unstrukturierten Daten, die vielleicht sogar noch in Realtime gesammelt oder analysiert werden sollen, oftmals nicht geeignet. Big Data Methoden der Datenverarbeitung hingegen ermöglichen es, diese großen und laufend wachsenden sowie sich verändernden Datenmengen zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren, um damit Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen zu treffen. Damit ist klar, dass solche Methoden umfangreiche Infrastrukturen benötigen. Je größer und schneller und komplexer die Daten, desto aufwendiger ihre Verarbeitung und desto mächtiger die Institutionen, die diese leisten können. Eine der Hauptaufgaben von Big Data Methoden ist die sogenannte Klassifikation, bei der es darum geht, Daten in bestimmte Kategorien oder Klassen einzuteilen. Das bedeutet, dass man aus einer großen Menge an Daten bestimmte Merkmale extrahiert und verwendet, um die Daten in verschiedene Gruppen einzuteilen. Dies kann verwendet werden, um Trends und Muster in den Daten zu erkennen und um Vorhersagen über künftige Ereignisse oder Verhaltensweisen zu treffen. Klassifikation in Big Data wird oft durch maschinelles Lernen erreicht. Maschinelles Lernen bezeichnet Computerprogramme, die automatisch lernen und sich anpassen, um bestimmte Aufgaben besser auszuführen. Etwa, wie man die Daten anhand von Merkmalen in bestimmte Kategorien einteilt. Ein solcher sogenannter überwachter Lernprozess etwa trainiert einen Algorithmus an bereits klassifizierten Beispieldaten, zum Beispiel in der Bilderkennung für selbstfahrende Autos. In Bildern und Videos werden alle Objekte im und rund um den Straßenverkehr markiert und bezeichnet, Straßen, Baum, Ampel, Auto und so weiter, damit eine Handlungsanleitung, also ein Algorithmus, für die automatische Erkennung erstellt werden kann. Nach dem Training ist der Algorithmus in der Lage, neue Daten zu klassifizieren und in zweckorientiert sinnvolle Gruppen einzuteilen. Es benötigt nicht nur viele Daten, sondern auch viele Menschen und Infrastrukturen, um Algorithmen zu trainieren. Als Clickworker oder Crowdworker können Sie selbst in dieses Geschäft einsteigen und dabei mit sogenannter Plattformarbeit sogar bis zu 90 Cent pro Stunde verdienen, wenn Sie beispielsweise von Venezuela aus arbeiten. Und auch bei uns wird es kaum zum Mindestlohn gereichen. Gesicherte Zahlen gibt es dazu kaum. An Universitäten werden zudem Algorithmen häufig von Studierenden im Rahmen ihrer Ausbildung trainiert. Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenzforschung, die sich mit der Entwicklung von Computersystemen befasst, die ähnlich wie menschliche Intelligenz handeln und Probleme lösen können. Dabei handelt es sich eben um das Erkennen von Mustern und die Anpassung an neue Situationen, aber auch die Verarbeitung natürlicher Sprache oder Bilderkennung, sowie die Simulation und Lösung von komplexen Problemen. Es gibt aber auch Stimmen, die fordern, dass sowohl maschinelles Lernen als auch künstliche Intelligenz als Begriffe überhaupt vermieden werden sollten, da sie ihre tatsächlichen Möglichkeiten übertreiben und sie reines Marketing seien und eine verbesserte Datenverarbeitung nicht mit menschlichen Lernen gleichgesetzt werden kann. Es seien genau diese Übertreibungen und die Vermenschlichung, die ein fälschliches Vertrauen in die automatisierten Entscheidungssysteme generieren würden. Solche automatisierten Entscheidungssysteme treffen auf der Grundlage von meist historischen Daten, Algorithmen und Regeln automatische Entscheidungen und werden heute bereits vielfach eingesetzt, beispielsweise in Überwachungssystemen, die selbst entscheiden, ob aufgrund von spezifischen Informationen Alarm ausgelöst wird, auf Entertainment-Plattformen, die dem Musikgeschmack entsprechend Playlists erstellen, auf Jobportalen, die automatisch Bewerbungen verarbeiten oder auch im Finanzwesen bei der Vergabe von Krediten. Automatische Kreditentscheidungssysteme entscheiden auf Grundlage von Informationen wie dem Einkommen, der Kreditwürdigkeit und dem Arbeitsplatz eines Kunden automatisch, ob ein Kredit genehmigt werden sollte. Ich glaube, es ist jetzt schon klar, wie wichtig Begriffe wie Vertrauen und Verantwortung in diesem Kontext der Digitalisierung werden. Während das Vertrauen in Dating- oder Musikplattformen sowie Online-Shopping-Kanäle nur dann erschüttert wird, wenn wieder einmal wo ein Datenleck publik wird, so zeigen Umfragen in Europa und Amerika inzwischen vermehrt Skepsis gegenüber Big Data und KI, die etwa im Gesundheitswesen oder in der öffentlichen Sicherheit eingesetzt wird. Und hier sind es besonders die Verknüpfung von persönlichen Daten und darauf basierende Entscheidungssysteme, die abgelehnt werden, sowie die Angst vor falschen Entscheidungen auf Grund von verzerrten Trainingsdaten, aber auch die Angst vor Automatisierung generell und dem Verlust des eigenen Jobs auf Grund von KI. Erklärt werden diese Tendenzen oftmals ganz oberflächlich mit allgemeiner Technologie-Skepsis und Wirtschaft und Politik werden dann angehalten, die Akzeptanz der Technologie durch Aufklärung und Transparenz zu steigern. Doch Vertrauensbildung funktioniert nicht nach diesem Defizitmodell des Wissens oder anders gesagt, Wissen ist nicht alles. Es geht vor allem um Vertrauen in institutionalisierte Abläufe und damit in soziale Prozesse rund um die Technologie. An der gesellschaftlichen Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft werden zurzeit die Verantwortlichkeiten neu verhandelt. Denn Vertrauen fußt auf der Überzeugung, sich auf etwas verlassen zu können. Big Data-Technologien und damit künstliche Intelligenz und ihre Anbieter müssen sich ihre Vertrauenswürdigkeit teilweise noch verdienen, beziehungsweise gewissen Regeln gehorchen. Als Grundlage für die Vertrauensbildung werden folgende Bereiche angesehen. Rechtmäßigkeit, Ethik und Zuverlässigkeit und Robustheit. Was ist darunter jeweils zu verstehen? Die Technologie sollte rechtmäßig sein und somit geltendes Recht und alle gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Sie sollte ethisch sein und somit die Einhaltung ethischer Grundsätze und Werte garantieren. Und sie sollte zuverlässig und robust sein, und zwar sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht. Denn Technologien bringen immer auch unintendierte Resultate und Anwendungen mit sich. All diese Aspekte sollten bereits bei der Entwicklung einer Big Data-Technologie, aber eigentlich jeglicher Technologie berücksichtigt werden. Transparenz, Fairness und Sicherheit, auch im Sinne des Datenschutzes, haben dabei oberste Priorität. Die große Frage ist aber, wer trägt dafür die Verantwortung? Es wird gefordert, dass sowohl für den Einsatz, die Ergebnisse als auch die Entscheidungen von KI-Systemen stets ein Mensch oder eine Rechtsperson als verantwortlich identifizierbar bleibt. Angesichts der Komplexität von Big Data-Anwendungen, unter anderem eben auch KI, die meist auf vielen unterschiedlichen Komponenten verschiedenen Ursprungs basieren, ist diese Frage oft nicht eindeutig zu beantworten. Vertrauen kann man demnach gar nicht allein in die Technologie haben, sondern da müssen auch viele soziale Prozesse und Institutionen mitspielen. Umso wichtiger scheint es demnach, die Prozesse und Institutionen so weit zu verändern, dass solche Verantwortlichkeiten überhaupt zuordnenbar und kontrollierbar werden. Doch auch hier wird nicht alles über den rechtlichen Rahmen oder top-down gesteuerte Geschäftsprotesse regelbar sein. Gerade weil die Big Data-Technologien in unseren Alltag bereits so weit durchdrungen haben, wird es wichtig sein, die sozialen Handlungsspielräume genauer zu beobachten und eine Individualisierung der Verantwortung zu vermeiden. Wir sprechen in der Wissenschafts- und Technikforschung in diesem Zusammenhang auch von Responsibility, also der Fähigkeit, in einer Situation auf eine Problemlage überhaupt adäquat antworten und reagieren zu können. Damit dies möglich wird, braucht es zweifelsfrei einen robusten Rechtsrahmen und starke Institutionen, die diese Rechte auch kontrollieren. Aber es braucht eben auch Änderungen im Umgang mit der Technologie, sowohl in der Entwicklung als auch in der Verwendung. Wir müssen sowohl als Wissenschaftlerinnen, Entwicklerinnen, Politikerinnen, aber auch als Konsumentinnen erst noch lernen, was es heißt, transparente und faire Technologien zu fordern und damit einen vertrauensvollen Umgang mit der Technologie zu ermöglichen. Wir müssen noch lernen, zusammenzuarbeiten, um die Verantwortlichkeiten zu begreifen, die mit solchen komplexen soziotechnischen Systemen einhergehen. Damit das ein wenig besser gelingt, lade ich Sie in den folgenden Sessions ein, mir auf Datenreisen zu folgen, die globale Infrastruktur eines Smart-Home-Assistenten zu erkunden und schließlich offene Daten und transparente Methoden als Grundvoraussetzung einer verantwortungsvollen und nachvollziehbaren Big-Data-Forschung kennenzulernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.